Musik 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 Bei dem Weg bin ich gerade hochgekraxelt Verdammte Scheiße ey, war das anstrengend Falschen Weg gegangen einmal Ja Und dann hast du die Arschkarte Ich bin hier glaube ich Wirklichen Wanderweg hochgegangen Also Schwarze Piste Lächerlich Lächerlich Jetzt muss ich diesen Weg da noch gehen Und dann Bin ich hoffentlich endlich mal da Musik 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 Eigentlich sollte es heute Linsensuppe geben Ne Quatsch, was haben wir denn hier? Eigentlich sollte es heute grüne Bohneneintopf geben Musik 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 So ich zeige euch mal Wo ich jetzt lang gegangen bin Musik 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 Ich bin hier hochgekraxelt Ich bin hier hochgekraxelt Ja, geklettert sozusagen Hier hoch, zack An dieser scheiß Felswand lang Und dann hier rüber Zack Und dann nach oben Fick die Ziege Und wo wir schon beim Thema Ziege sind Diese scheiß Bergziegen Die flitzen hier rum Kacken alles vor Die sind nicht ganz dicht Die Dinger Der normale Aufstieg, der wär hier gewesen Das ist ja nichts Das ist ja nichts Aber das Das ist was Fick die Ziege Einen wunderschönen guten Morgen Morgens halb acht Da oben ist das Ziel 13 heute angesagt 18 Kilometer werden es wohl werden Wenn ich keinen Umweg mache Mal schauen wie das wird Der Aufstieg bis jetzt war eigentlich ganz in Ordnung Anstrengend aber Ist ein guter Wanderweg auf jeden Fall Die Abhängige haben wir Hier unter Ballast Gute Nacht Dann machst du das Pummsautemulos Alter Keine Ahnung Wie weit noch Ich brauche schon mal ein paar Stunden zurück Ich brauche schon mal ein paar Stunden zurück Boah Bisschen verlaufen Ist verlaufen Ist verlaufen Falsche weggegangen Na ist er verlaufen Na ja werden es 20 Kilometer wohl werden Vielen Dank Danke so much Have a nice time Bye Oh man ey Das erste Mal den Finger rausgehalten Und dann werde ich gleich mitgenommen Ich habe mich total verranzt Ich bin hier das Gebirge komplett hoch und runter gelaufen Ich schätze mal so 25 bis 30 Kilometer Und dann nehme ich die Polen hier mit Ich flippe aus und fasse bis an die Haustür Zwei Kilometer muss jetzt nicht latschen Bisschen mehr Boah Und dann gibt es erstmal ein Teechen Kaffee Alter Schwede Was für Gute Was für Gute Was? Ohi Was ist da? Ekelhaft Es ist Banana Jetzt mal aufschlippen.